Ein mega schön, 24. Dezember, da habe ich noch Linus dabei. Er hat den mega schön auf dem Fernsehkalender designt. Darum gebührt ihm auch dir das letzte Bier, das letzte Tür aufmachen. Jawohl, das ist das X-Pochi von Birgifizio Sottobizio aus Palernacanton. Ein Imperial Start, richtig das beste, schönes Dessertbier für den Schluss. Ich würde sagen, Gangos kommt doch gar nicht eins nehmen, oder? Wenn schon alle da sind. Ich glaube, eins zu viel, oder? Haben wir eins zu viel? Ja, eins zu viel. Praktikan nimmt zwei. Ja, ja. So. Ich würde sagen, vielen herzlichen Dank und allen ganz schöne Weihnachten. Zum Wohl mitzunehmen. Zum Wohl zusammen. Zum Wohl. Zum Wohl mitzunehmen. Das ist das, was lang Tart geworden ist. Und ja, ist es mit 8,5 Prozent ein schönes Bier, das man so an einem kalten Wintertag geniessen kann. Du hast jetzt schon ein paar Mal Tarte gesagt. Ja. Das ist so zu sagen. Was heisst das? Ich muss die blöde Frage stellen. Was heisst das? Das Malz ist ja am Anfang eher hell. Und es ist wie auf einem Feuer. Jetzt sind es so die Trommeln. Du hast es so langsam trocknen. Und dann kommt es eine andere Farbe. Und am Schluss wird es fast verbrennen. Und dann hast du die Röste da oben. Et voilà. Zweifach ist das.